Von Hit zu Hit mit den Schlagerstars der Zukunft. Und Sie bestimmen den Gewinner. Am Freitagabend kämpfen 10 Stars um den Sieg. Schalten Sie ein und voten Sie Ihren Liebling an die Spitze der MyTV Plus Charts. Mit dabei sind Michelle Joy, Tanja Lasch, Fresh Fox und Marco Lessenthin, Niki Sander, Anthony, Rosanna Roci, Kai Dörfel, Norman Langen, Linda Feller und Minora Luisa präsentiert von Steffen Jürgens. Herzlich Willkommen, liebe Gäste hier im Speicher 1.